Shirin David hat zwar 4,2 Millionen Abos auf Instagram, doch die Zahl sinkt laut Social Blade. Täglich deabonnieren sie Hunderte, manchmal sogar Tausende Fans. Vor allem an Tagen, an denen sie Bilder postet, wird sie von vielen Usern gelöscht. Woran liegt das? Ist ihre Zeit vorbei? Wir vermuten, dass Shirins Unregelmäßigkeit der Grund ist. Dadurch, dass sie manchmal wochenlang nichts postet, verlieren vielleicht viele Fans das Interesse an ihr. Gewusst? Diese YouTuberin ist nach Bibi die Nummer 2 in Deutschland und es ist nicht Shirin, nicht Dagi Bee und nicht Paola. Wer es ist und warum, erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos, abonnier einfach unseren YouTube-Kanal Starzip.de